kommst du? kommst du? komm pralala hier kommt der gute alte Knöchelcluster ähm, ich hab nix der nächste Ring ist weit weg ihr wettet doch nicht müde, oder? Knöchelcluster feuert irgendwo hat äh, Dings äh, äh, ähm na? na? ah Krossig, äh, Gas gelegt hier wie gesagt, Elektrogewehr ist auch da liegen ja hab ich gerade die Griffen ja klagen da zumindest ich seh keine, kein Idioten sind alle, sind alle da reingegangen waffen holen zum russi und eine r45, also so ein bisschen nervig das mit ihrem springen ja, wenn du zweimal in der luft bist ach, man kann nur jung sterben Attacke ich hab ne K7 und ne R99 ich hab ne Ringman und ne Elektrogewehr Achtung geht auch im Nahkampf jaaa aber gewonnen haben die noch lange nicht ich hab ne E-Von, naja eh jetzt hör niemanden bis jetzt? vielleicht verhalten die sich ganz druck wo ich sie ins Kille der Ring ist weit weg und schließt sich der R99 nimm ich? ja, hab ich mir grad genommen damit ich nicht die Ringman habe ok ich komm dann mit der 99er dann doch da wird grad was hergestellt 45 Sekunden Ring ist nicht in der Nähe Bewegung Leute der ist genau dahinter der ist genau dahinter mhm ab dich fick dein Gas der hat ein goldenes Schild schildbreak jaaa oh 3 Assists 3 kills ich hab 2 Assists wenn der Skin muss gemacht werden dazu vor kurz der ist hier ne der bringt uns vielleicht noch schnell ach der hat die goldene REE alles klar für Jana viel Spaß der hat die goldene REE gehabt jaaa Achtung liefere Kehrpaket aus Kehrpaket im Landanflug hmm kommt eine Zone kommt ein Zühnchen geflogen die hatten aber auch keine Rucksack oder so vernünftig ne ne gar nicht noch nicht mal Standard Rucksack ja muss ich mir jetzt erstmal schilden äh das stimmt nicht ganz mit dem Rucksack ich hab keinen der eine hat einen lilanen gehabt echt? ja den hat sich bestimmt die US-Bogen gekrallt äh deswegen hat gehabt äh ich bin voll Moment regenerierer ultimative Fähigkeit bereit Kumpel das wird ein riesen Spaß genau fliegen zur Not du willst einen fliegen lassen? du willst einen fliegen lassen? du willst einen fliegen lassen? immer besser als ein Visier ne ja wird kann eigentlich mal so schlecht wir müssen schnell das Scope da holen ich will nichts dass ich hat habe hier drunter ein bisschen blöd ja 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 gib Gummiii alle Wettbewerbsbeste befinden unter ihnen sind den sie leider nicht haben ich glaube sie können schwimmen warte mal auf warte mal auf naja die noch nicht macht euch keine Sorgen Moment regeneriere ich will hier irgendwo in meinem Rucksack drin sein oder nicht? verliebt dich Baby hast du noch gar keinen? neee ich habe auch nur den weißen hier ist dein Rucksack Stufe 1 naja das ist doch mal was Finger weg das ist ein Geschenk für Fusi hier ist dein Rucksack Stufe 1 oh die RE ne die R99 ist doch ne goldene RE ne R99 meine ich so kein Fehler mit der da habe ich gerade flachgelegt alle aber ohne euch nicht geschafft hm ich habe ja mit der Eva schön reingehalten aber hättet ihr nicht so gut runter geschossen dann hätte ich das auch nicht geschafft wenn er zugesagt wäre hm äh hier im Haus bei mir ja dann komm zu uns ja wir kommen zu dir jetzt nicht so weit nicht so lang und ich eben das wohl also der ist da im Haus drin ich stehe da hinten und schießt das sind zwei hm einer startet gerade in die Höh der eine ist links rüber gelaufen ich muss mich erstmal schilden ich lade meine Schilder auf ich lade meine Schilder auf ich lade meine Schilder auf da oben ist es der noch drin hm hm ach kacke links von was the fuck was the fuck das kann ich auch du suck ja kacke der Rampage hm der letzte Weg zum Herzen eines Mannes für uns für uns weil Dürer kommt nach mir hinter dir Zocko ach Mist ja die kam mir aus zwei Ecken hm irgendwie ab und zu echt verarscht er ist gerade mal das Schild runter geschossen er ist auch natürlich